Mein Name ist Ralf Tinius, ich bin Chefarzt der Neurologie und der Neurologischen Frühreher. Ich arbeite hier und versuche die Abteilung gut zu leiten. Das ist meine zweite Chefarztposition. Hier bin ich jetzt drei Jahre. Außenstehende würde mich wahrscheinlich als sehr kollegial im Team beschreiben und mir ist es besonders wichtig, gerade die neuen Mitarbeitern für das Fach Neurologie zu begeistern. Der Tätigkeitsbereich in der Neurologie umfasst im Prinzip die Notaufnahme, die Aufnahme von akut neurologisch erkrankten Patienten und dann Weiterbehandlung in der Stroke Unit. Wir arbeiten dann sehr eng mit den Neurochirurgen und den Neuroradiologen zusammen und im Weiteren werden die Patienten natürlich auch auf der Normalstation und bei schweren Fällen auch auf der Neurologischen Frührehe betreut. Unbedingt sollte man teamfähig sein und Spaß daran haben, gemeinsam miteinander zu arbeiten. Wir arbeiten hier auf Augenhöhe, um möglichst für den Patienten gut da zu sein. Hier am Standort haben wir als Besonderheit die Einführung der tiergestützten Therapie. Hier haben wir gerade Lotte. Lotte ist in Ausbildung. Lotte ist ein Dudel und soll uns in der Neurologischen Frührehe unterstützen. Gerade jungen Kollegen kann ich hier eine umfassende neurologische Ausbildung bieten. Wir haben eine überregional zertifizierte Stroke. Wir haben eine große Akutabteilung und wir haben, was nicht so häufig ist, auch eine neurologische Frührehabilitation, wo man gerade die Krankheitswälder, die man nicht so häufig sieht, sehr gut lernen kann. Für Asklepios habe ich mich entschieden, weil er ein großer Anbieter ist in der Krankenhauslandschaft. Wir haben ja durch das interne Netzwerk viele Möglichkeiten haben, uns weiterzubilden. Als Asklepios Standort hier habe ich mich entschieden, weil er ein interessanter Standort ist, ein sehr großer Standort. Wir haben hier eine überregional zertifizierte Stroke und wir arbeiten mit vielen Fachabteilungen sehr eng zusammen. Deswegen bin ich hier nach Sesen gekommen. Das liegt ja so im Dreieck zwischen Hannover, Braunschweig und Göttingen. Und gerade hier ist es auch noch sehr naturnah. Also für jemand, der nicht nur arbeitet, sondern auch mal gerne in die Natur geht, ist der Harz das Richtige. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Vielen Dank.